Ja, hallo und herzlich willkommen zu V-Ort 4 und jetzt passen wir hier im Stall. Wir sind in der Red Rock Station. Ach, und wir haben einen neuen Compadero. Hundi, Hund heißt er einfach. Oh, du bist super Hund. Ich will jetzt alles nochmal aufsammeln. Hier war die Aktivität. So, jetzt klären. Hier eine Ecke. Aktiv. Abzeichnende. Zehn Millimeter. Blablabla. Alles ist da jetzt noch weiter. Raus aus der Tür. Diesmal schieße ich nicht. Ich war hier und hab geschossen. Ich glaube, wenn man Hunger hat, isst man wahrscheinlich alles. So. Ich wollte eigentlich die Lautstärke von der Musik ändern. Habe ich? nicht. Es zerhört sich mal. Oh mein Mensch. Aua! Es hat mir viel. Es ist viel. Aber ich habe zuerst alles in der Mitte. Alles im August. Ich zeig's. In der Mitte. Hacks. Ach, das ist safe. Ich habe da schon wieder vieles auf ein Safe gesessen. Wenn alle meine Hand hier in der Klammer sind. Oh Gott, das ist. Ich bin viel vor. Okay. Was ist das? Hätte ich doch nur eine Haarklammer. Musik Wir haben die Hölle gefunden. und stammt auf der Schild Psyche, Psyche oder Psyche, wurde ursprünglich von Militär in der Vereinigten Staaten entwickelt, um die Effektivität von Soldaten im Kampf zu steigern und verletzte im Anwender von William Eppel die Schaden für was? Vorrüstung können mit verschiedenen Mods aufgerüstet werden, die spezielle Funktion hinzufügen, etwa Jetpacks, Tesla-Feder, Explosive, Anschlagsentlüftung, integrierte Stealth-Ball und automatische Stimpacks. Okay. Oh, wir sind Level 2, hab ich gar nicht gemerkt. Oh ne, bitte, jetzt aber nicht so lange. Bin ja noch gar nicht weit gekommen hier. Aber ich glaube, die Musik ist zu laut, oder? So ist es eine echte Herausforderung, probier es mal mit der Schwierigkeit zu überleben. Die Gesundheitswiederherstellung ist dann stark verringert. Ne, danke. Normal reicht mir schon. Morgen, ich habe das reizende. Ich habe jetzt ein paar Minuten, weil ich nicht auf Essen mit dem geschlagen habe. Ich habe jetzt ein paar Minuten, weil ich nicht auf Essen mit dem geschlagen habe. Ich habe jetzt immer auch ein bisschen. Und jetzt geht es, oder? Nein, nein, nein. Das ist ziemlich dumm. Wie kann ich das denn auswählen? Aus... ... ... ... ... ... Dann annehmen und nicht treffen. Lass mal rein. Komm mal, was ist das? Nee, nee. Lätsch ist aufs Das ist doch... ...we steh auf. Dann? 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 Das ist für heute. Schwäbige. Wex kommt. Hier ist es. Ich würde gerne diese Position ein bisschen aufholen. Ich würde mich hier beifassen. Hallo? Geht man zu Hause? Ne, unten. Jetzt hier ist es... Brandy. Okay, jetzt kommt ein paar Kreide. Ob ich weiß, wasser... Ich muss nur noch sehen. Nein, das wollte ich gar nicht, ich wollte Kleidung, Kleidung, Amel, E-Form, oh Gott, das ist ein Krebsmittel, TP40, auch zum dritten Umschlag. Okay, ist das, kein, ist das, nein, wir sind 200 Jahre, also was mich ja interessiert, 200 Jahre, das ist im Helmzug, keiner wird abgebildet, wie viele, die aufzubauen. Ich meine, die erste Welt, die Welt hat wohl auch sehr gut gestört und da hat sich so lange nicht alles aufgebaut. Keine Sorgen, das ist jetzt nicht so gut zu essen. So, was schmerzt alles hier? Schönen, irgendwo. Schmerzt sie mir auch schon. Ich habe keine Haarklammern. Scheiße, kommen wir nicht. Bist du die zwei Räume, da ist alles fertig. Was ist hier denn? Oh, okay, so. Oh Gott, Alter. Okay, gehen wir wieder. Ja, es gibt nichts hier, kein Badezimmer, kein Spielplatz. Ich muss ja sagen, leuchtet da was. Geh mir hier nachher. Wie, du möchtest so ein Ding? Ich hör's. Das ist mal geballert. Ja, nicht gut. Hallo? Verdammt, wie eine Haarklammer. Ja. Soll ich das 1.000 reinkommen, oder wie? Alles zu verbarrikadiert? Jo. Shit. Okay. Man kann die Kohleauto aktivieren. Kann ich mal gucken. Was ist hier drin? Da muss doch was drin sein. So, das ist das Arbeitshaus. Unterleidung. Ein Besen. Ja, können wir auch fegen. Sanctuary. Können wir Kotze geben? Ich putze doch so gern jetzt hier was. Es brummelt hier so. Es brummelt. Das ist die Vordertür. Und jetzt warte ich noch um, oder? Ja. Spuh. Hoch. Schreibtisch. Ja. Alles leer. Mist. Was machen wir denn hier? Was ist das für ein roter Punkt da? Es hat aufgehört zu brummen. Ne, fährt wieder an. Klicke ich mal auf die andere Seite. Und... Ich... Ich... Sieh ich da... Na... Aus. Was ist hier das Ding? Okay. Was wird das? Ich nenn mich doch wieder raus. Tränen wir uns. Weißt du, du... Wir haben hier keine Tasche irgendwo, oder so. Wirklich, ich will das keine. Okay. Oh. Oh, da gibt es einen Arm. Was geht noch weiter? Ja, oder? Okay, hier ist noch ein Raum. Level 8, such dir. Ja, okay. Ja, okay. Lass los. Komm rein. Umgehen. Gibt es noch eine Stoffe? Nicht gut. Nee, das gefällt mir nicht so. Sehr gar nichts. Ja, sehr. So schnell. Oh. 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 Das haben sich zwei Leibgarten vor. Schere. Schirmlose Lampe. Was? Was war da? Was ist das? Ach ja. Was ist das? Was ist das? Ich wollte hier mal gucken. Aber ich bin doch bestimmt zu schön sech. Da komm ich doch nicht mehr. Oh. Oh, hab ich jetzt noch gespielt. Ach, geschafft. Da oben ist was. Oh. So. So. Ah, 10mm Patronen. Wort auf Kompteile mit leicht 10mm. So. Schauen wir uns mal an. Ähm. So. 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 Komm mal raus. Aufs Dach. Na, nicht so lange bitte. Ja, was ihr im Hintergrund rauschen hört, das ist leider mein Aquarium. Das kann ich nicht abstellen. So sieht auf dem Dach schön. Was haben wir jetzt davon? Oh Scheiße, warum springst du denn runter? Oh, ich hab's geschafft hier. Das war jetzt auch. Er hat mir den Weg gezeigt. Oh, ich hab's nicht mehr. Okay, das müssen wir schon anspringen. Aua, das hat weh. Grüß du. Okay, gehen wir weiter. Nichts Besonderes. Was gibt's? Was gibt's hier? Ich glaube, wir lassen das erstmal. Level Up. Was? Wo muss das sein? Bulawski! Atombunker für kleines Geld. Das ist doch Wunwitz, oder? Das haben sie noch verkauft. Hey, hier oben! Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns! Bitte! Lasermuskete? Ey, du bist ja süß! Wo ist sie denn jetzt? Hund. Teilweise vor Anfälliger Level Up. Schon wieder. Hey! Warte da! Hier drüben! Was kann ich denn sonst machen? Wo war denn jetzt die... Hey! Nee, ich wollte... Hey! Nein. Aufgepasst! Position halten! Bleib da! Komm schon! Äh... Person Sen! Person Sen! Ne, da russisch nicht. Ich will jetzt nicht mehr auf. Ja, das ist gut. Kreuzschluss 0! Raider ist nicht mehr auf. Ah, du sagst nicht mehr auf. Wie rede ich denn überhaupt? Ich wollte mit dem reden. Warte doch mal. Warte! Ja... Aufgepasst! Aufgepasst! Bleib da, Jung! Bleib! Und los! Ach, das ist doch blöd. Der hat die... Bleib, Junge! Hm, wie mache ich das denn? Ja, können wir mal machen. Ja, können wir mal machen. Psst! Ah, jetzt! Nix! Ah, da funktioniert es. Zettelzellen. Er kann auch tragen. Dann weiß ich was. Und dann kriegt er doch meinen ganzen Schrott. Und die wäre, das ist mein Schrott. Und dann wieder ein bisschen Platz. Oh! 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 Ja, die kann auch nicht. Gut, gut. Nein, bei dem du wiederholt wirst. Je mehr Ladung du verwendest, desto mehr ist es geschafft. Also... Das ist das... Das ist ein Lippe. Der ist ein Lippe. Okay. Mittig, so los. Das ist ein Lippe. Das ist der Leib. Gut, da rein gehen wir erst zum nächsten Part. Ich hoffe, dass es mir Spaß macht. Ich bin kein anderes krasser Stoff, das packt man noch nicht. Daumen hoch, daumen runter, würde ich mich ein bisschen freuen. Daumen, was ich viel besser machen kann, ist okay, sonst nicht. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.